Seitdem mein Mittagessen heute nicht allzu üppig war, gibt es jetzt noch ein bisschen Hühnchen. Hähnchengrillplatte, Hähnchengrillplatte stand auf der Verpackung. Hähnchengrillplatte – Hähnchengrillplatte Katharina Bräulepaca. Nach vier – Hähnchengrillplatte Erfungen. Musst du mal haltet? Musst du mal haltet? Jetzt ist es jetzt 最後 noch ein bisschen So, mal schauen, wie weit es ist. Sieht gar nicht schlecht aus. Die Platte ist noch einige Minuten auf der Grillplatte und dann kommt der Ablagerrost wieder mit rein und dann kommt es da oben drauf zum Gaufziehen. Jetzt ist fertig, die Röntgen-Teile noch ca. 20 Minuten da oben drauf. Jetzt sind die Hähnchenteile fertig. Die Halt ist schön knusprig. Jetzt kann gleich gegessen werden. Das gefällt mir doch schön und einiges besser als heute Mittag die Kohlrabi-Cremesuppe. Man konnte sie jetzt reißen, aber richtig satt wurde man davon nicht. Da gefällt mir der Teller doch schon und einiges besser. Das war es dann für heute. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.